Hello und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe euch endlich meine Outfits für die Uni abgedreht. Ich dachte, ich halte es auf jeden Fall bequem, ohne hohe Schuhe und ich habe auch extra keine Taschen hinzugefügt, weil ich finde Taschen ist immer ein sehr, sehr kompliziertes Thema, weil jeder da unterschiedlich ist. Und bevor ich irgendwelche Kommentare bekomme von wegen, in seine Tasche passt ja nichts rein, das passt ja gar nicht zur Uni, die, lasse ich es einfach lieber, um ehrlich zu sein, denn ich bin ehrlich so, ich trage meistens kleine Handtaschen und dazu dann einen Beutel. Und in dem einfachen Jute-Stoffbeutel, wie auch immer, packe ich dann meinen Laptop rein, wenn ich ihn mitnehme, mein Schneiderweg, je nachdem, was ich brauche. Und ich brauche halt meistens einfach nicht so viel. Und deswegen habe ich einfach Taschen weggelassen, weil jeder hat da eh andere Taschen und präferiert anderes. Und die Jacken habe ich natürlich auch weggelassen. Ihr könnt natürlich euren eigenen Touch noch hinzufügen und denkt dran, ich habe auch nicht zu jedem Outfit Jacken hinzugefügt. Nur zu allen, nicht zu allen. Macht einfach, wie ihr wollt. Und je nachdem, wie warm es ist, variiere ich natürlich auch immer zwischen den Mänteln bzw. den Jacken. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt direkt einmal an. Wir sehen uns! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.